Hey, willkommen zurück auf meinem Channel. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Video für dich, in dem ich dir fünf Tipps gebe, wie du beim SMS schreiben, beim Flirten über WhatsApp oder über andere Kommunikationsmittel, sei es jetzt Skype, sei es Facebook, einfach alles, was nicht Face-to-Face ist, wie du da am besten vorgehst, um die Frau, die dir gefällt, auch wirklich wiederzusehen und die Frau auch im ersten Moment zu bekommen. Angenommen, du triffst eine Frau, sprichst sie an und lernst sie kennen und ihr gefällt euch und du willst sie wiedersehen, dann ist natürlich ganz wichtig, dass du keine Scheiße baust beim Schreiben, beim Whatsappen oder beim Facebook-Nachrichtenschreiben und deswegen jetzt die fünf Tipps, bei denen ich gemerkt habe, gerade bei meinen Coachings, bei meinen Coaching-Kernehmern, diese Sachen werden immer wieder falsch gemacht und sorgen immer wieder dafür, dass es nicht funktioniert mit der Frau. Der erste Tipp ist, halt dich auf keinen Fall an die 3-Tage-Regel. Du kennst das vielleicht, es gibt diese, hey, man schreibt erst nach drei Tagen, dann wirkt man cooler, dann wirkt man lässiger oder gelassener. Lass es auf jeden Fall bleiben, das ist der größte Mist, der größte Bockmist, den du machen kannst, das bringt überhaupt nichts. Du musst dir das so vorstellen, in den meisten Fällen nicht davon ausgegangen, also angenommen, du kennst die Frau schon länger, dann ist das was anderes, aber in den meisten Fällen lernst du die Frau kennen und ihr unterhaltet euch, sagen wir mal, 10 Minuten oder 15 Minuten und dann geht ihr euer getrennten Wege. In dieser Zeit, in diesen 15 Minuten, könnt ihr euch gar nicht so intensiv kennenlernen und es kann gar nicht so viel entstehen zwischen euch, es kann gar nicht so viel passieren. Die Motivation, die die Frau hat, dich wiederzusehen, kann gar nicht so groß werden. Ist ja logisch. Angenommen, ihr verbringt mehrere Stunden miteinander, dann kriegt sie ein viel besseres Bild von dir, dann erlebt ihr viel mehr Sachen zusammen, ihr erlebt mehr gemeinsame Emotionen zusammen und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch wiederseht, größer. Jetzt habt ihr aber nur diese 15 Minuten und du musst dir das so vorstellen, weil der Frau ist es so, sie trifft dich, freut sich, ihr habt ein geiles Gespräch, dann geht sie ihre Wege, dann erlebt sie da was Interessantes, da sind Emotionen, da kommen vielleicht schlechte Emotionen, da erdet ihr zu gute Emotionen und wenn das über drei Tage passiert, wenn sie über drei Tage tausend verschiedene andere Dinge erlebt, dann wird sie vergessen haben, wie es sich mit dir angefühlt hat. Deswegen mache ich es immer so, ich schreibe der Frau meistens sehr direkt, nachdem ich sie angesprochen habe, jetzt gestern habe ich gerade, oder gestern habe ich eine kennengelernt, die habe ich heute morgen geschrieben, das war für meine Verhältnisse tatsächlich sehr, sehr lang, aber ich schreibe ihr meistens relativ schnell. Du kannst ja auch kurz nach dem Kennenlernen schon schreiben, ja, ist vollkommen, vollkommen in Ordnung, aber warte nicht drei Tage oder mach irgendwas, um cool zu wirken. Schreib ihr dann, wenn du Lust drauf hast, wenn du auch Zeit hast, nimm dir im Moment Zeit und dann schreib ihr, das funktioniert viel besser. Die zweite Sache ist, dass viele Männer falsch verstehen, wozu schreiben oder kommunizieren über WhatsApp, SMS und so weiter überhaupt da ist. Es ist nicht dafür da, um sich jeden Tag in jeder Sekunde auszutauschen, damit du ihr alles erzählst, was du erlebst und sie dir alles erzählt, was sie erlebt. Das kann man mal machen, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum wir das benutzen. Der Hauptgrund ist einfach, um sie dazu zu bekommen, zu dir zu kommen, dass ihr euch wiederseht, dass sie zu dir kommt, dass du zu ihr kommst, dass ihr euch wieder trefft an einem gemeinsamen Ort. Der Grund, warum wir schreiben, der Grund, warum wir telefonieren, SMS, WhatsApp, Facebook ist, damit wir uns in live, in persona wiedersehen können, von Angesicht zu Angesicht. Das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Klar kannst du mal ein bisschen hin und her schreiben, so ein, zwei Sachen am Tag. Ist ja vollkommen legitim, aber schreib nicht den ganzen Tag mit ihr. Damit kommunizierst du ihr auch nur, hey, ich habe nichts Besseres zu tun, als dir den ganzen Tag zu schreiben und ständig darauf zu warten, dass ich eine Nachricht von dir bekomme. Das leitet direkt über in den nächsten Punkt. Sitze nicht ständig am Handy und warte darauf, dass die nächste Nachricht von der Frau kommt. Ich kenne das selbst. Ich kenne das selbst gut. Die Frau hat mir gefallen und wir schreiben so ein bisschen und ich bin so, wann kommt die nächste Nachricht? Ah, kommt sie jetzt gleich? Nochmal gucken, nochmal schauen. Lass das sein. Du kommst dadurch selbst in einen sehr seltsamen Zustand und machst dich schon am Anfang oder schon sehr früh abhängig von der Frau. Du bist halt abhängig davon, dass sie dir schreibt und das ist schlecht. Denn wenn du abhängig von der Frau wirst, dann sinkt die Anziehung, die die Frau für dich empfindet oder die Anziehung, die zwischen den beiden herrscht, sinkt auf ein Minimum. Das heißt, schreib ihr und dann pack dein Handy weg, das solltest du sowieso machen und kümmere dich um das, was du machst. Um deine Arbeit, um deine Hobbys, um deine Freunde. Kümmere dich um die Sachen im echten Leben und wenn du sie dann wieder siehst, wenn ihr euch dann wieder trefft, weil ihr ein Treffen über Schreiben ausgemacht habt, dann sei halt voll da. Dann sei voll da bei ihr, habt Spaß mit ihr und genießt die gemeinsame Zeit. Aber wenn ihr euch gerade nicht seht, schau nicht die ganze Zeit aufs Handy, sei nicht die ganze Zeit immer verfügbar. Sie schreibt dir, du schreibst in ein paar Sekunden zurück. Das ist einfach Mist. Ganz entspannt, nicht immer das Handy am Start haben, nicht immer gucken, hat sie mir gerade geschrieben und dann werdet ihr euch auf jeden Fall auch wiedersehen. Ein ganz, ganz großer Punkt, das habe ich in meiner Beziehung auch oft falsch gemacht. Streite auf keinen Fall übers Schreiben. Das passiert jetzt meistens eher in einer Beziehung oder so, wenn es Ungereimtheiten gibt. Aber streiten und ernste Sachen besprechen, auf keinen Fall übers Schreiben machen. Egal in welcher Situation. Selbst wenn es gerade so anläuft, dann sag einfach, hey, pass auf, lass uns privat sehen, lass uns einfach treffen, dass wir das besprechen können. Wir machen das nicht per Telefon. Und das ist ganz, ganz blöd, weil du hast die Person nicht vor dir, du kannst die Person nicht berühren, ihr könnt nicht, ihr könnt einfach nicht richtig miteinander kommunizieren. Und oft werden Sachen übers Schreiben auch falsch verstanden. Du sagst dir irgendwas oder du schreibst irgendwas, besser gesagt, und sie kriegt das vollkommen in den falschen Hals. Und dann entsteht aus dem ursprünglichen kleinen Streit noch ein viel größerer Streit, weil sie falsch verstanden hat, was du ihr eigentlich sagen wolltest. Also bitte, bitte, bitte beachte das. Egal ob in einer Beziehung oder in einem normalen Flirt, wenn du mit der Frau jetzt noch nicht so tief bist, wenn ihr noch nicht in einer Beziehung seid, streiten und so über Gefühle reden und solche Sachen, mach das einfach live. Das wirkt auch live viel besser. Angenommen, du hast dich in sie verliebt und du willst sie fragen, ob sie mit ihr zusammenkommen will, willst sie sagen, dass du Gefühle für sie entwickelt hast, dann mach sowas auf jeden Fall immer live, wenn du das wirklich machen willst. Ja, mach das. Entspann dich mit ihr bei dir zu Hause, ess was zusammen, habt guten Sex und dann liegt sie in deinem Arm und dann sagst du ihr das und fragst sie halt, ob sie Lust hat, irgendwie die Frau an deiner Seite zu sein. Mach sowas auf keinen Fall per SMS oder per WhatsApp, Facebook. Die letzte Sache, die die meisten Männer falsch machen, sie benutzen keine Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind die beste Sache, die du machen kannst, aber du kennst das vielleicht, bei WhatsApp kann man einfach diese Taste gedrückt halten und dann kannst du was reinsprechen, das kannst du mittlerweile auch bei Facebook, habe ich gesehen, und dann nimmt das einfach deine Stimme auf und die andere Person kriegt dann Audio-Duteil, also eine Sprachnachricht. Und Sprachnachricht ist so viel stärker, als nur zu schreiben und auch so viel besser, als anzurufen. Denn wenn du anrufst, dann ist das nur eine gewisse Drucksituation. Angenommen, du hast die Frau kennengelernt, ihr habt 10 Minuten gesprochen und dann direkt mit einem Typen zu telefonieren, das ist eine gewisse Drucksituation, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt. Und Schreiben ist halt blöd, weil du kannst nicht mit deiner Stimme arbeiten, Sachen können falsch verstanden werden, du kannst nicht mit deiner Tonalität arbeiten, du kannst nicht ironisch sein, du kannst nicht richtig sarkastisch sein, weil dafür brauchst du halt deine Stimme, dafür brauchst du deinen Stimmkörper. Aber das kannst du eben über Sprachnachrichten machen. Sprachnachrichten sind auch viel persönlicher und sorgen dafür, dass du und die Frau viel schneller eine Verbindung zueinander aufbaut und du weißt, wenn man eine Verbindung aufbaut, dann entsteht auch mehr Anziehung und das ist eben der Weg hin zu Sex oder auch zu einer Beziehung. Das war's im heutigen Video. Wenn du lernen willst, wie du sehr, sehr viele Dates die Woche haben kannst, quasi jeden Tag die Woche ein Date haben kannst, denn das ist mehr als möglich. Wir haben eine ganze Menge Frauen da draußen, dann klickst du einfach mal hier oben auf das Bild. Da kannst du dir mein Buch, mein Gratis-E-Book ist auch ganz kurz, fünf einfache Schritte bis zu zehn Dates die Woche runterladen. Ich habe einfach die wichtigsten Sachen zusammengepackt und du kannst sie wirklich in kürzester Zeit lesen und dann direkt umsetzen. Du bekommst zusätzlich von mir noch ein paar andere Flirt-Dokumente, in denen du zuletzt sich Sachen lernst, die dabei helfen, die Frauen zu bekommen, die du in deinem Leben haben möchtest. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wir sehen uns und bis dann. Ciao.